Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video werde ich 10 häufige Probleme erwähnen, die bei Volkswagen Jetta-Fahrzeugen von 2006 bis 2010 auftreten können. Nummer 1. Die Vakuumpumpe der 2.5-Liter-Fünfzylinder-Motoren neigt im Laufe der Zeit dazu, Öleks zu entwickeln. Und manchmal wird dieses Öleck fälschlicherweise als Öleck der hinteren Hauptdichtung diagnostiziert. Eine Möglichkeit, dieses Problem dauerhaft zu lösen, besteht darin, die Vakuumpumpe mit einem Löschkit zu eliminieren, das dem auf dem Bildschirm angezeigten Kit ähnelt. Nummer 2. Einige Modelle von 2009 und 2010 wurden in den USA wegen eines defekten ABS-Moduls zurückgerufen. Dies führt dazu, dass die Kontrollleuchte für UPS und elektronische Stabilitätskontrolle auf der Instrumententafel aufleuchtet und das ABS-System nicht mehr funktioniert. Die Reparatur bestand aus dem Austausch des defekten ABS-Moduls und der Aktualisierung der ABS-Software. Nummer 3. Die Airbag-Leuchte in einigen dieser Fahrzeuge neigt dazu, die ganze Zeit anzubleiben. Das Problem wird normalerweise durch eine schlechte Verbindung innerhalb des elektrischen Steckverbinders des Insassen-Sensors verursacht, der sich unter dem Beifahrersitz befindet. Nummer 4. Die elektronische Drosselklappeneinheit in einigen dieser Fahrzeuge, die mit einem 2,5-Liter-Fünfzylinder-Motor ausgestattet sind, neigt zu Fehlfunktionen, wenn das Fahrzeug in heißen Klimazonen fährt. Wenn dieses Teil nicht funktioniert, verliert das Fahrzeug jegliche Beschleunigung und wechselt in den Notlaufmodus. Das Ersetzen der defekten Drosselklappengehäuseeinheit durch einen neuen, verbesserten Ersatz löst das Problem. Nummer 5. Die Vorderradlager einiger dieser Fahrzeuge werden zwischen 150.000 und 200.000 Kilometern laut und müssen ausgetauscht werden. Nummer 6. Der meschatronische Ventilkörper und die Steuereinheit im Sechsgang-Automatikgetriebe sind im Laufe der Zeit anfällig für Fehlfunktionen. Was dazu führt, dass das Automatikgetriebe Schaltprobleme entwickelt. Aufgrund der Komplexität dieser Getriebe wird empfohlen, das Fahrzeug vor dem Austausch des Ventilkörpers oder der Steuereinheit von einer qualifizierten Getriebewerkstatt diagnostizieren zu lassen. Nummer 7. Die vorderen unteren Querlenkerbüchsen neigen zu anormalem Verschleiß, der zu Ausrichtungsproblemen, Aufhängungsgeräuschen und ungleichmäßigem Reifenverschleiß führt. Das Ersetzen der verschlissenen Büchsen durch neue und das Neuausrichten der Aufhängung des Fahrzeugs löst das Problem. Nummer 8. Die Infotainment- und Navigationseinheit in einigen 2010er-Modellen ist anfällig für Fehlfunktionen und vorzeitigen Ausfall. Nummer 9. Der Stoff des Dachhimmels in einigen dieser Fahrzeuge neigt dazu, sich mit der Zeit von der Decke und den Seitensäulen zu lösen, was dem Innenraum des Fahrzeugs ein schlechtes Aussehen verleiht. Um dieses kosmetische Problem zu beheben, muss der alte Stoff vollständig entfernt und durch einen neuen Stoff mit dem richtigen Klebstoff ersetzt werden. Nummer 10. Die Ledersitze in einigen dieser Fahrzeuge neigen dazu, mit der Zeit zu reißen und zu reißen. Um dieses Problem zu beheben, muss der Sitz von einem qualifizierten Polsterer fachgerecht neu bezogen werden. Das sind 10 häufige Probleme, die bei Volkswagen Jetta-Fahrzeugen von 2006 bis 2010 auftreten können. Haben Sie einen schönen Tag!